Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Clouds of Darkness. Das ist alles toll, wie sie ins Bild springt. Hallo! Clouds of Darkness. Clouds of Darkness. Hallo Yorle. Moin. Hey. Sorry Freunde für die kleine Pause. Es sind Sachen passiert. Ja, real life. Im real life. Und solange ich das nicht hauptberuflich mache, oder Yorle auch nicht, dann kommt das mal vor, dass man mal eine Pause macht. Das kann durchaus passieren, ja. Yes, yes, yes. Aber jetzt sind wir ja wieder am Start. Yeah, am Sch-tis-l-bizzle. Sch-tis-l-di-mizzle-di-fizzle. Oh, da hinten ist ne Hexe. Da hinten ist ne Hexe. Hexe tot. Hexe tot. Ich glaub ja. Ich will das Risiko jetzt fahren, oder? Ne, ich hab fünf Basic Control Circuits dabei, warum auch immer. Ich pack sie erstmal weg. Ich will die nicht. Ähm, Yorle. Das sieht aber ganz schön unaufgeräumt aus hier mit den Kisten. Findest du nicht auch? Das ist irgendwie, ja, also mir gefällt das auch nicht so besonders. Deswegen haben wir uns überlegt, ein kleines Warenhaus in den nächsten Zeiten folgen, das mal zu machen. Ja. Ähm, ihr habt alle gesagt, also ihr müsst auch dran denken, wir haben immer ganz lange Aufnahme-Sessions. Also wir können immer nicht sofort drauf eingehen, also müsst ihr einen kleinen Geduld mit uns mitbringen. Drei Geduld. Geduld. Oh. Ansonsten habt ihr gesagt, Smeltery, klar, das steht jetzt auch an. Wir gucken mal, dass wir das hinkriegen. Ja, Smeltery, also wir haben mehrere Sachen auf dem Zettel, ne? Genau, Warpbook, das müssen wir auch natürlich benutzen. Ich hab dieses, äh, hab ich das überhaupt bei? Nee, ich hab's nicht bei. Auf jeden Fall haben wir diese Labyrinth-Seite. Irgendwo. Hast du das ja? Ja, wo ist sie denn? Warte mal, hier ist es doch. Was ist das? Unbound. Ach nee, das ist was. Unbound. Wir haben ziemlich viele Unbound. Warpbook, Page 1 von bla bla bla. Das muss das sein. Warte mal. Ah, okay. Ich gucke. Das ist ein ganz bestimmtes, oh mein Gott. Ähm. Ja, pass mal auf, was wir jetzt machen, wir haben ganz andere Sachen besprochen, ne? Weißt du noch, wir haben besprochen, dass wir jetzt Sachen machen. Ich würde aber gerne kurz mit dir testen, wie das, warte mal, jetzt hast du's weggelegt. Ja, da war jetzt nix drin. Ich hab jetzt eins hingelegt für dich. Da ist tatsächlich nix drin, ne? Nee, und das ist auch nix drin. Wo ist denn mein Buch mit dem Labyrinth? Naja, das wird ja wohl das sein mit der einen Seite, oder nicht? Hä, wo ist denn mein Labyrinth-Buch? Das ist jetzt ein ganz leeres, da ist jetzt, ah, Schiff. Du hast drei, klick to add bound pages. Jaja, es gibt diese, es gibt diese Unbound Pages, die haben wir ja auch hier, kann man die nicht decken? Ja, und wie macht man die da rein? Ähm, die Unbound werden benutzt, wenn wir, ähm, uns zu unbekanntem Gebiet sozusagen bewegen, um das da zu benutzen, verstehe, also um das da zu binden. Das, ich hab's ja auch noch nie gemacht. Ich hab jetzt, ich hab jetzt das Warp-Buch in der Hand und ich hab daneben Unbound Warpages. Wenn ich jetzt hier stehe und ich drücke Shift-Rechts-Klick, dann wird mir hier dieses Warp-Book-Ding aufgemacht. Oh Gott, das ist jetzt nur unser Spawn. Ja, ja. Naja, das sieht so aus wie das Inventar, weißt du? Ja, ja. Und wenn du jetzt, warte mal, Shift-Rechts-Klick, wenn du jetzt auf, ähm... Also du siehst ja, die Seite heißt Spawn. Also mach das mal zu und geh mal ganz normal, öffne das Buch und drück mal auf Spawn. Zack, bist du hier. Nee, ja, ich weiß, aber in diesem leeren Buch, was ich unten aus der Kiste habe, weil ich bin ja gestorben und ich hab mein Buch verloren irgendwann, weißt du noch? Äh, 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 deswegen ist hier nix drin. Ich kann, wenn ich rechts drücke, steht ja nur, there are no pages in this book. Genau. Shift-Rechts-Klick to add bound pages. Das heißt, wir müssen diese Pages bounden. Ah, hier, okay. Du nimmst einfach eine Page. Äh. Und rechts klickst. Aber, aber es gibt doch... Nee, nee, es geht ja darum, dass ich... Ja, das schon. Du hast, du hast komplett recht. Ähm, es geht aber darum, dass es auch Inseln gibt, die wir ja gar nicht erreichen, so. Weißt du? Also wir können, diese Inseln da drüben können wir alle anbinden. Ja, 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 ja. Es geht um das Labyrinth. Ja, und das Labyrinth, das ist, das hast du verlegt, oder was? Ich hab keine Ahnung, wo, wo dieses, wo ist dann mein Warp? Buch in dem Sinne mit dem Labyrinth. Ja, das ist jetzt aber ein bisschen eigenartig, ne? Hier unten ist noch ein Helping Hand Buch. Geh mal gucken, ist es da unten? Nee. Wie, was? Nee. Nee. Ich hab auch gelesen in den Kommentaren, dass Bread Slice, wenn man das gebraten hätte, wär's wohl noch besser gewesen. Ist ja gut. Ja, irgendwie schon. Soll ich das mal, ich hau das mal durch. Was ist denn das hier? Helping Hand? Nee, braucht man nicht. Nee. Hast du's hier reingepackt vielleicht? Nee, hier ist es auch nicht drin. Oh, guck mal, hier gibt's einen Carpenterschüssel. Schüssel. Warp Buch, okay. Oh Mann. Naja gut, also dann gehen wir jetzt doch unseren Plänen nach. Weil wir da nicht, weil wir da nicht hinspringen können. Vielleicht, dann schreibt's ihr vielleicht. Wenn ihr wisst, wo mein Warp Buch mit dem Labyrinth ist, dann geh ich da drauf in zehn Folgen drauf ein und dann ist cool. Hast du das verloren, Jole? Nein. Es scheint verloren gegangen zu sein. Ich, ich weiß nicht, wieso, wieso diese Welt ist so kaputt. Was ist das hier? Ich weiß nicht. Oh, shit. Okay, lassen wir das. Nun gut, also was waren nochmal die Pläne? Wir wollten erstmal was zusammen machen und zwar machen wir das erstmal. Okay, wir haben hier Questgeschichten und diese eine Questgeschichte hier, Transfer Sinks. Warte, 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 ich will mitgucken. Die ist relativ einfach. Jo. Transferpipes brauchen wir dafür. Dafür brauchen wir Glas, Redstone und Stone Slabs. Hast du, kannst du vielleicht Stone Slabs machen? Ja, das könnte ich in der Tat für dich grenzen. Das wäre ein Traum. Weil ich, ähm, ich zeig euch mal bei uns, dann gibt's hier diese, es geht halt eben zu dieser Transfernote hinüber. Das ist toll, das ist perfekt. Danach haben wir unendlich koppelt. Yes, 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 genau, genau. Und ich hab natürlich auch weiterhin die Kommentare gelesen. Erstens, warte mal, das mach ich jetzt mal direkt. Haben wir noch Glas? Irgendwer hat geschrieben, mach mal hier, mach mal hier einen fucking, fucking Slab hin. Ja, stimmt, Slab. Genau. Das hab ich jetzt gemacht. Das ist, glaub ich, für wenn man Stein abbaut, damit die Steine, ähm, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, in dich hineinzuspringen. Du. Ja, was ist denn? Du, hast du, hast du zufällig Redstone? Äh, nee, der Redstone, ja, ich hab drei Redstone. Na gut. Wie, haben wir nicht mehr Redstone in der Kiste? Irgendwie nicht, nee. Ach du Scheiße. Ähm, aber das reicht, das reicht für dieses, äh, Transferpipe-Ding. Ja, aber der, der, die, 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 die Note braucht einen Block. Der besteht aus neun Stück. Äh. Ich hab, ähm, in unseren, oh guck mal, das ist ja voll hier. Was ist denn hier los? Wie ist eigentlich? Die Kiste, ach, die muss sortiert werden. Ja. Wir brauchen eine größere Kiste. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir genug, haben wir viel, haben wir, ich guck mal ganz kurz. Haben, haben wir, haben wir, haben wir. Ich glaube, wir haben, haben wir nicht. Hier ist ein Chest, hier ist eine. Nee, wir brauchen aber, wir brauchen aber eine, eine, eine Chest, die quasi eine Chestgröße hat. Ja, ich weiß, oder wir machen jetzt gerade mal zwei hier. Weiter mit Kopper. Lass uns, Kopper, hier ist Kopper drin. Okay. Ich weiß nicht, ob der, ich weiß nicht, ob der, ja doch, warte mal, der Hopper sollte eigentlich. Hier, hier ist ein, äh, komm mal her. Auch eine Zweitkiste. Da, pack hier rein. Da hab ich dir eine, eine Kiste reingemacht, da kannst du. Ja, warte, ich hab noch mal, ich hab noch mal. Kopper. Kopsen. Kopper. Kop the bro. Kopper. Wir müssen ab und zu sortieren gehen. Mustone. Warte. Wollen wir nicht gleich Silver noch drumrum machen? Haben wir Silver? Maybe, ich weiß nicht. Wie sieht denn unsere Situation da aus? Unsere Situation, Ingot, Nickel, Silver, haben wir nur drei. Ihr habt geschrieben, diese Winer, ähm, Winer, Miner, Miner, Mord, die haben wir jetzt aktiviert. Also es tut uns sehr leid, dass wir da einfach so dumm waren, die letzten zwei Sessions, aber was soll's. Ich hab mich auch dagegen gewehrt, wegen der Gefahr, die ganze Plattform abzubauen. Da müssen wir jetzt echt drauf achten. Ich wollte das gleich noch, warte mal, haben wir hier gar nicht für Aluminium irgendwie, guck mal, wir haben in der Kiste gar keinen Platz für Aluminium. Doch, das ist unten. Das weiß ich noch aus dem Kopf. Das hat unten einen eigenen Reiter. Ah, okay, alles gut. Okay, ja gut, dann hab ich das richtig einsortiert. Zack, zack, bam, 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 bam. Was wollte ich? Silver? Und Silver haben wir hier irgendwie super wenig. Ja, wir haben auch ziemlich viel Gebrauch für den ganzen Sheet, ne? Für den Sheet? Für den Sheet, Mensch. Okay, das ist viel zu wenig hier. Guck mal, hier ist Silver. Ich hab, oh, ich hab ein Silver. Du hast ein, du hast, oh? Okay, dann mach ich jetzt erstmal nur die Copperkiste hin, oder was? Haben wir eigentlich... Äh, warte mal, das reicht doch mit dem Silver, oder? Ich guck jetzt... Wir brauchen halt acht Silver, ne? Acht, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht Stück. Komm mal acht. Was gibt denn die Kiste her? Wo können... Ach, verdammt mich. Nickel, Aluminium. Wir brauchen übrigens noch einen Dolly. Die du denn wieder verlierst, ne? Wir hatten ja mal einen, ne? Ja, ja. Aha, aha. Wir haben aber auch keinen Iron mehr. Erzähle mir mehr davon, Fischi. Oh, jetzt schrei mich doch nicht immer an. Ich rei so viel ich will! Blablabla. Okay, haben wir hier noch Iron irgendwie? Oh mein Gott, mein Gott. Iron 17 Stück. Ist das schön, Freunde? Schön, wieder hier zu sein, ne? Was denn? Was? Ja, ist lange her, ne? Das ist jetzt zwei Wochen her oder so. Die Aufnahme-Session, die andere. Ja, mindestens. Mindestens. Dann testen wir jetzt gleich mal diese komische... Wie heißt das nochmal? Weiner, Beiner, Schneiner. Wein, Weinmeiner. Das, ähm, das demonstriere ich euch an diesem Baum. Upp. Zack, ist er weg. Ey, bei mir ging's nicht. Bei mir ging's nicht. Du musst gedrückt halten und dann abbauen. Ach, gedrückt halten? Ja. Wow. Zack. Nice. Das ist gut, dass man gedrückt halten muss, weil dann vergisst man das nicht wieder auszumachen, ne? Richtig. Gut gemacht, Jolle. Äh, ich hab's ja nicht gesagt. Gut gemacht, Jolle. Aha. Okay. Ups. Sehr gut gemacht. Worte. Ding. Komm, ich... Ich komm noch nicht. Ah, verdammt. Ei, 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 ei. Du wirst denken. Warte mal, warte mal. Ey, diesmal hab ich dran gedacht, dass das schon der richtige Dust ist. Geil, ne? Ja, du lachst. Du lachst. So, brennen. Aber hier drüben. Warte, ich habe zu tun. Ne, ich sag ja gar nichts. Ich sag ja nur, dass ich das jetzt hier rein tu. Zack. Ach man, das gibt's doch nicht. Bambalicious. Bambalicious, Mann. Irgendwer hat geschrieben, Springen verursacht mehr Hunger. Aha. Sehr. Danke. Danke sehr. Es ist, ähm, toll. Okay. So. Du, es wird nach Gamer Pennen. Schnuckelchen. Schnuckel, komm. Warte, Sachen auch weglegen hier. Lustes Zeug. Ich habe super viel Kochzeug. Das hier brauche ich nicht. Sulfur, das. Weißt du was? Brauche ich auch nicht. Weißt du was? Guck mal hier. Dum-bam-bounce, bounce. Warum bouncest du denn so viel? Auf dem Bett, kennst du das nicht? Hat man als Kinder gemacht. Zack. Klauts auf Dacknis. Klauts auf Dacknis. Wieso ist der jetzt hier nicht weg? Kannst du mir das mal sagen? Weil das ein Arschloch ist. Ach, scheiß Baum hier. Scheiß Arschloch. Aua. Oh. Oh mein Gott. Okay. Ey, du hast dir Toast gemacht. Ja, habe ich. Finde ich gut. Weil du gesagt hast, das soll man brennen. Habe ich doch gleich gemacht. Weißt du? So mitdenken und so. Ach komm, machen wir alles rein. Sammelst du gerade Holz für... Ich habe massenhaft Holz, ja. Wir brauchen dringend Texturen für Juicer und so. Das geht ja gar nicht eigentlich, ne? Also, Xerox, wir sind dir unglaublich dankbar. Nochmal. Ja, danke sehr. Das ist wirklich absolut fantastico. So. Ich setze mich jetzt hier hin, ne? Das ist mir heute alles so hektisch hier. Warte, wir müssen nicht hier Iron sein. Und ich wollte ja... Ich verballere jetzt das Iron für die Dolly, ne? Was? Ja, außer du hast jetzt hier irgendwie andere Ideen. Ich... Veto. Ich gebe mein Veto. Ja, warum denn? Was willst du denn mit dem Iron? Na, Eisen. Das ist doch voll wichtig und so. Ja, ist es. Aber wir wollen doch jetzt hier diese Kiste irgendwie, oder nicht? Weiß ich nicht. Wollen wir. Ja, wollen wir. Aber wir brauchen noch Silver, nicht Dingens da. Wenn du jetzt so weitermachst, dann lass ich das einfach hier. Wir wollen doch die eine Kiste in die andere packen, oder nicht? Verstehst du? Ja, ja. Also eine wegnehmen, die andere hintun und dann umladen und so. Hat die denn nicht schon mal langsam Silver? Hier. Das kann nicht sein. Oh, was ist das denn? Das ist ja Guru-Frut. Oh. Ich habe eine Frucht. Eine Frucht. Ich habe immer Angst, dass ich die scheiß Plattform hier weghaue. Das ist doch nicht wahr. Aua. Okay, wir haben uns wieder ganz toll organisiert hier, wie ich sehe. Das ist die erste Folge. Denn wir machen eigentlich gar nicht das, was wir geplant haben. Verdammt. Soll ich jetzt nicht einfach hier die andere Kiste hintun? Ja, mach das. Dann muss ich nur hier... Nicht genug Platz im Inventor. Ich würde halt so wahnsinnig gerne Dolly machen. Ja, dann mach doch jetzt eine Dolly, weil ich muss ja dann fürs Warenlager eh umsortieren und alles. Dann bin ich froh, wenn ich die habe. Genau, dann hast du schon mal eine Dolly. Genau. Richtig. Ich packe hier nochmal Gravel rein, falls du Zeit hast, Gravel abzubauen. Genau, Gravel. Habe ich ja auch nicht gezeigt die letzten Male so oft. Ja, ich weiß ja nicht, ob ihr es schon wusstet. Es gibt hier Gravel im Spiel. Boah, hör mir auf. Das war jetzt so viel Gravel. Oh, dieses Van Miner Ding ist ja gar nicht so schlecht, ne? Danke nochmal, dass wir... Also ich wusste ja davon, aber danke nochmal, dass ihr uns quasi dazu gezwungen habt. Warte, bevor du es abbaust... Was machst du denn jetzt? Dann können wir das oben, dieses kleine Scheißstück Holz noch abbauen. Sehr gut. Ja. Was wollte ich denn jetzt machen? Achso, ich muss... Oh. Oh. Mach mir Angst, ehrlich. Ich mach, ähm, wir brauchen Glas. Ich hab jetzt kein Glas gesehen, ne? Achso, deswegen hatte ich eigentlich Gravel abgebaut, weil ich Sand machen wollte. Aha, aha. Ich mach jetzt hier den... Ich mach jetzt hier... Äh, den Dolly. Ich weiß nicht mehr, wie der geht. Ich glaube so. Und so. Oder so. Oder so. Fragst du mich, oder ist das ein eigenes Gespräch? Ich überlege laut. Ah, okay. Ja, bam. Ich hab's vergessen. Ich muss nochmal nachgucken. Ähm. Da, 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 Dolly. Silver. Ey, ich hab eigentlich... Was macht eigentlich der... Was macht eigentlich der Diamond Dolly? Ähm. Das wüsste ich gerne. Das... Das wüsste ich jetzt gerne. Egal. Achso, einfach nur ein Holzstück. Okay. Das... Das fragst du jetzt mich, ja? Also vielleicht läufst du denn schneller beim Dolly? Ach, guck mal hier. Das Quest Delivery System. Da ist ja auch noch was offen, ne? Uah. Ja, aber da hatten wir doch... Da war doch irgendwas. Und Zertus Quartz und sowas. Machen wir alles später. Ja, Freunde. Nicht aufregen. Okay, Fräulein. Ich hab jetzt hier... Uah. Wie geht denn diese Dark Region Bowl eigentlich? Das ist... Wapisch! Was? Oh Gott. Schon gut. Ich schreie nicht. Ich schreie nicht. Ich schreie nicht. Dark Rigan. Das macht man mit Gold Nugget? Was? Sugar? Oh mein Gott. Ich bin weg, ne? Was ist los? Nix. Was ist da los bei dir? Nix. Was ist... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also, ich hab jetzt hier einen Dolly gebaut. Mhm. Den tu ich jetzt mal hier in die Kiste. Hier. Ups. Oh, haben wir viel Gold? Hier in der Kiste, da hinter dir. Da ist der Dolly drin. Ähm, was war das jetzt? Silver? Wir packen das hier weg. Wir packen auch das Redstone hier rein. Also, ähm... Wir haben langsam Silver. Ja gut, jetzt hab ich gerade das Zeug in die Kiste getan. Aber du... Also, die Kiste freut sich, wenn sie zu Silver geupgradet wird. Ich verstehe. Geh mal weg. Ja, ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Ich werde jetzt... Wenn du mir nochmal kurz helfen könntest hier mit den Bäumen. Natürlich. Was willst du? Ich würde jetzt hier einen riesen, 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 riesen Arsch voll Holz abbauen, damit wir uns die Inseln da hinten angucken können. Ja, Inseln anschauen. Und dann nehme ich nämlich ein Warp-Buch mit. Und nehme Seiten mit. Und dann werde ich die Seiten schön, äh, äh, dingsen. Damit du die auch in dein Buch reinmachen kannst. So, ich habe Glas, mein Lieber. Und ich habe diese Stone Slabs. Und ich habe einen Redstone. Redstone? Ich glaube, das reicht auch schon, ne? Dann haben wir... Oh, Fischi. Warum... Warum? Was ist denn? Warte. Ich glaube, ich... Oh, pass auf. Ja, was ist denn? Wie schreist du denn immer so? Ich schrei doch gar nicht. Hier, Transfer Pipes. Ich habe Transfer Pipes gemacht. Geil. Du kannst die Quest abgeben. Yay. Cool. Warte, ich habe hier gerade noch... Okay. Play Reward. Und, 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 und? Was kriege ich? Oh shit, ich bin im Baum gespawnt. Die wollen mich doch verarschen. Ich kriege Buttons. Ich kriege scheiß Stein-Buttons. Geil. Das ist... Weißt du? Ich... Nö. Geil. Achso, nee, ehrlich. Ich finde das gut. So etwas habe ich gekriegt. Warte. Scheiß Buttons. Ach genau, hier, du hast jetzt dieses Concrete schon. Äh. Ich habe eine Uhr. Wow, die habe ich auch schon. Es ist Tag. Es ist Tag. Ja? Soll mir das was sagen? Es ist Tag. Wow. Hast du das anhand der Uhr gesehen, oder? Ah. Plötzlich war Tag. Boah. Wo kommt denn der Baum hier eigentlich her? Weg mit dir, du Sau-Sack. Ja, gleich mal ein neues Futter machen. Boah, haben wir viele Saplinge. Hm. Habe ich auch. Aber noch mehr Bäume. Baum, wachse. Da könnte man ja schon mal ein bisschen wieder Erde draus machen, ne? Ja, Erde. Wir müssen sowieso die Farm erweitern. Beziehungsweise es gibt eine Quest, wo wir irgendwie 32 Erde abgeben müssen. Das können wir ja auch einfach mal dafür nutzen, oder nicht? Jo, finde ich gut. Wollen wir schon mal anfangen, da an die Richtung der Inseln zu bauen? Sag mal. Oh. Wieso ist das jetzt gerade... Dunkel? Ja, ich wollte halt nur richtig schön viel Holz mitnehmen. Also, machen. Damit ich da auch wirklich problemlos... Du, ich habe fast einen ganzen Stacks voller Oakwood hier. Ich habe einen Stack und 17. Gib mal her. Also nur das, was du nicht brauchst. Was? Du willst jetzt mal Holz haben? Wir müssen da hinten auch mal hübsch machen hier, ne? Da, nimm. Danke. Ja, das müssen wir auch noch hübsch machen. So, ich mache mich auf den Weg. Was heißt denn hier auf dem Weg? Na ja, die Inseln dort besuchen. Ja, ich will mitkommen. Ach so, ja, dann... Oder ich mache das Warenhaus. Ja, aber das Ding ist, während ich diesen Weg baue, da bringt das nicht so viel, wenn du einfach dann daneben stehst. Weißt du, was ich meine? Ja, dann mache ich das Warenhaus. Ich freue mich drauf. Cool. Jo. Cool. Und ich gebe hier mal Sachen ab, die ich im Moment nicht brauche, die ich nicht verlieren sollte. Habe ich doch gesehen, dass das hier schon drin ist. Haha. Was brauchen wir denn jetzt für die Node? Warte mal, lass ich mal gucken. Oh, Iron hier. Ich habe noch drei Iron über übrigens. Also alles gut. Und Node? Habe ich das falsch geschrieben? Ich habe es falsch geschrieben. Toll. N-O-D-E. Ja, ihr habt mich schon wieder alle ausgeladen. Das ist ja gut. Ach du meine. Ah, Sorting. Sorting Transfer Pipe. Genau. Oh, dann brauchen wir nur Redstone. Das heißt, ich muss unseren... Auch für das Aktiv-Velta muss ich mit Dust füllen. Richtig? Richtig. Gut, dann kriegt er jetzt Dust. Waaah! Waaah! Hilfe! Was ist los? Ich schwimme hier weg mit diesem halben Slap. Freunde, das ist keine gute Idee. Was... Alter! Was ist da los? Ich schwimme hier voll in die Lama, wenn das nur so ein... So ein Halbslap ist. Halbslap. Boah! Du musst dich richtig hinstellen, aber dann stehst du... Dann ist sie safe. Schön, dass du mir das jetzt sagst, mein lieber Fischi. Das kann man doch mal rausfinden, oder nicht? Ja, ich bin ja halb in die Lama geschwommen. Da konnte ich es leider jetzt nicht testen. Geht doch gar nicht. Doch. Da ist doch der Sicherheitsstein drüber. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Das war diese Folge. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann schaltet doch nächstes Mal wieder ein. Bei Clouds of Darkness. Clouds of Darkness. Da, 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 da. Bis dann. Tschüü. 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 … Untertitelung des ZDF, 2020